Ja, schaut mal hier, ich habe das Problem, dass meine Paprikapflanzen kaum wachsen. Vielleicht geht es euch genauso, dann kann ich euch jetzt auch sagen, woran das liegt. Es ist ganz einfach so, dass es jetzt die Tage noch zu kalt war, vor allem nachts. Da haben wir nochmal Temperaturen gehabt von knapp unter 10 Grad. Ja, und bei der Paprikapflanze ist es so, die braucht so 15, 18 Grad mindestens, dass er etwas wachsen kann und das als Durchschnittstemperatur. Und dadurch, dass wir die gerade nicht haben, ist es einfach zu kalt und die Paprikapflanzen legen nicht zu. Ja, bilden auch kaum Blüten oder gar keine Blüten, das ist also ganz normal. Da kann man momentan relativ wenig gegen machen, außer auf besseres Wetter hoffen. Ja, ansonsten kann man natürlich Paprika auch im Gewächshaus anbauen, dann werden sie vielleicht ein bisschen größer und bleiben nicht so mickrig. Ich kann euch da mal eine zeigen, die ich ins Gewächshaus gepflanzt habe. Die könnt ihr hier einmal sehen, die ist schon etwas größer als das, was draußen ist. Und ja, die war tatsächlich am Anfang auch die kleinste. Deshalb hatte ich sie hier reingepflanzt ins Gewächshaus. Hier kühlt es natürlich nachts nicht so dolle aus. Und auch tagsüber wird es hier bei geringer Sonneneinstrahlung schon etwas wärmer. Ja, jetzt haben wir aber Sommeranfang und die Bauernregel sagt jetzt voraus, dass wir gutes Wetter kriegen sollen, wenn es stimmt. Deshalb hoffen wir mal, dass es jetzt wärmer wird und die Paprika noch zulegt. Sonst hat man irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das dieses Jahr ein verschenktes Gartenjahr war.